Herzlich Willkommen zu unserer Serie über den Wiener Wohnungsmarkt. Heute sehen wir uns gemeinsam drei Bezirksteile an, die zwar noch nicht zu den Allerteuesten der Stadt gehören, die aber schon durchaus das Prädikat-Nobelviertel verdienen. Es handelt sich hierbei um die Bezirksteile Hetzendorf, im 12. Wiener Gemeindebezirk gelegen, Schönbrunn-Hitz in Unter-St. Veit und Speis in Leins, jeweils im 13. Wiener Gemeindebezirk gelegen. Alle Bezirksteile sind in Serpien besiedelt und bieten gerade für Naturliebhaber sehr viel. Wie üblich starten wir mit einigen statistischen Informationen, bevor wir uns auf den Weg zu unserem Lokalaugenschein vor Ort machen, um euch ein Gefühl für Fähr und Stimmung des jeweiligen Bezirksteiles zu geben und euch ab aktuell Veränderungen auf dem Laufenden zu halten. Am Ende kommen wir dann hierher ins Office zurück und ich gebe euch meine Einschätzung der Mietniveaus und der Messen auf Aktivität. Ich habe eine Karte vorbereitet, in der die Bezirksteile eingezeichnet sind. Die Bezirksteile liegen zwar noch nicht am Stadtrand, doch muss man bereits durch zwei andere Bezirke durch, um in die Innenstadt zu kommen. Wenig verwunderlich hat sich ein gewisser Cottage-Charakter entwickelt, in dem sich ein relativ autonomes Leben abspielt. Wie üblich habe ich an dieser Stelle einige statistische Daten zusammengestellt. Alle drei Bezirksteile sind für Außenbezirke nicht besonders groß und sehr dünn besiedelt. Spicing Lines ist der älteste als drei Bezirksteile. Große Unterschiede gibt es hinsichtlich des Wahlverhaltens. So führt die SPÖ mit rund 40 Prozent den Bezirksteil Hetzendorf. Im Bezirksteil Schönbrunn-Hitzing unter St. Veit führt die ÖVP ebenfalls mit rund 40 Prozent. Im Bezirksteil Spicing Lines sind beide etwa gleich auf. Mit dieser Einleitung starten wir in unseren Vorortbesuch, bei dem wir uns die wichtigsten Straßen und Plätze ansehen und ein Gefühl für das Leben vor Ort erhalten. Wir starten unsere erste Tour Hetzendorf bei der gleichnamigen Straßenbahnhaltestelle und beenden unsere letzte Tour beim Schloss Schönbrunn. Die genaue Route haben wir wie üblich unten in der Infobox dargestellt. Unterwegs zeigen wir euch typische Immobilien und erzählen ein bisschen etwas über die Sehenswürdigkeiten und die Bautätigkeit, sodass ihr einen guten Eindruck von diesen Bezirksteilen bekommt. Starten wir los. Wir stehen nun auf der Hetzendorfer Straße, neben der Haltestelle Bahnhof Hetzendorf, dem Startpunkt unserer ersten Tour. Wir biegen jetzt gleich in die Kaulbachstraße ab und sehen uns einige Villen an, bevor wir uns weiter zum Schloss Hetzendorf durchschlagen. Wir sehen viele nette Villen um uns herum. Früher wurde diese Gegend übrigens Erzherzog und Marie-Valerie Cottage genannt, nach der Lieblingstochter von Kaiser Franz Josef I. Wir sind nun in Hetzendorfer Schlosspark abgebogen und steuern nun auf die Rückseite von Schloss Hetzendorf zu. Wir sind nun auf der Vorderseite von Schloss Hetzendorf angekommen, dessen Geschichte bis ins Jahr 1694 zurückreicht, als Franz Sigismund Graf von Thun und Hohenstein hier ein eingeschossiges Jagdschlösschen, den Thunhof, erbauen ließ. Architekt war vermutlich Johann Bernhard Fischer von Erlach. Maria Theresia beauftragte 1743 ihren Hofarchitekten, das Gebäude zum Schloss zu erweitern und als Wohnsitz für ihre Mutter auszugestalten. Nach dem Tod der Kaiserin Witwe 1750 stand das Schloss längere Zeit leer. Als Maria Theresia 1762 die Bockenimpfung einführte, ließ sie diese in der Anfangsphase hier an adeligen Kindern ausprobieren, die dann vier Wochen mit ihren Familien auf Kosten des Hofes im Schloss lebten und medizinisch betreut wurden. 1946 brachte die Stadt Wien das Schloss vom Bund für ihre Modeschule und kaufte es 1987 an. Wir stehen nun am Marschallplatz vor der Hetzendorfer Kirche, welche in den Jahren 1908, 1909 errichtet wurde. 1944 wurde die Kirche leider schwer getroffen und beschädigt, 16 Schutzsuchende starben. 1949 erfolgte er teilweise Wiederaufbau. Wir haben nun die Siedlung Rosenhügel erreicht. Die Siedlung Rosenhügel ist eine der größten genossenschaftlichen Siedlungen Wiens. Sie liegt im Hetzendorfer Abschnitt des Rosenhügels mit der Rosenhügelstraße als Hauptachse. Die Reihenhaussiedlung entstand 1921 bis 1927 im Zuge der Gartenstadtbewegung und war für Selbstversorger konzipiert. Wir sind nun am sogenannten Rosenhügel angekommen. Der Rosenhügel hat seinen Namen von ausgedehnten Rosenkulturen, die sich früher in der Stelle befanden. Der Rosenhügel ist in mehrfacher Hinsicht Bezirksteilgrenze. Die nördlichen und westlichen Teile der Anhöhe gehören zum 13. Gemeindebezirk Hitzing, der östliche Teil zum 12. Gemeindebezirk Meidling und der südliche Teil zum 23. Bezirk Liesing. Die Grenzen der drei Wiener Gemeindebezirke treffen am Platz am Rosenhügel in 241 Metern Höhe zusammen. Der höchste Punkt des Rosenhügels befindet sich südwestlich davon in der Nähe der Kreuzung der Rosenhügelstraße mit der Bertergasse. Wir enden somit hier unser erster Tour Hetzendorf und beginnen mit unserer zweiten Tour Spicing Lines. Wir sehen um uns eine sehr ländlich anmutende Gegend, deren öffentliche Anbindung im Wesentlichen von Autobussen lebt. Nach einem längeren Fußmarsch sind wir nun beim Bahnhof Spicing angekommen. Dieser stellt die Grenze zwischen unserer zweiten Tour und unserer dritten Tour dar. Wir sind nun die Spicinger Straße ein Stück nach unten gegangen und stehen nun vor dem Kardinal-König-Haus, der den Beinamen der Rote Kardinal hatte, weil er sich sehr um eine Aussöhnung der Kirche mit der Sozialdemokratie bemüht hat. Wir sind nun im Garten der Klimtwille angekommen. Hier schuf Gustav Klimt von 1911 bis zu seinem Tod 1918 in einem ebenerdigen Gartenhaus, welches als Atelier nutzte einige seiner bewichtigsten Werke. Er arbeitete hier an mehr als 50 Gemälden, darunter weltbekannte Bilder wie Adele Bochbauer II, Friederike Beer, die Braut und Adam und Eva. Die Villa selbst erlebte Klimt nicht mehr. Sie wurde erst im Jahr 1923 geschaffen, wobei die Atelierräume, in denen Gustav Klimt wirkte, bis heute erhalten sind. Im Zuge einer groß angelegten Revitalisierung im Jahr 2012 wurden das Empfangszimmer und das Atelierzimmer von Gustav Klimt detailliert rekonstruiert. Diese zählen heute zu den wesentlichen Ausstellungselementen der Klimtwille. Wir stehen hier nun vor dem ORF-Zentrum Königlberg, dem Hauptsitz des öffentlich-rechtlichen österreichischen Rundfunks. 1940 wurde hier auf dem Gelände der Flaggkaserne Königlberg errichtet, die vor Kriegsende zerstört wurde. In den Jahren nach 1945 wurde ein Lager für ausgebombte Familien eingerichtet. 1967 wurde der Königlberg als Standort für eine neue Unternehmenszentrale des ORF, primär wegen seiner verkehrstechnischen Ideallage im Einzugsgebiet von West- und Südautobahnen, vor allem aber auch aufgrund seiner hervorragenden Eigung für Richtfunkeinsätze gewählt. Aufgrund der hohen Renovierungskosten, verursacht durch das in den Wänden vorhandene Asbest und die in mancher Hinsicht nicht mehr zeitgemäße Lage, kam es vor einigen Jahren zu kontroversiellen Diskussionen bezüglich des Standortes. Dennoch wurde 2014 die Zusammenführung aller Wiener ORF-Standorte am Königlberg beschlossen, die Ende 2021 abgeschlossen sein soll. Wir sind nun am Hitzinger Friedhof, der abgesehen von der Ehrengräber-Sektion am Zentralfriedhof vermutlich die höchste prominenten Dichte aller Wiener Friedhöfe aufweist. Zu den berühmtesten, hier bestatteten Personen zählen Franz Grillbarzer, Otto Wagner, Gustav Klimt, Heinz Konrads und Engelbert Dolfus, über dessen Stellung in der Geschichte bis heute keine Einigkeit herrscht. Da wir hier nicht wohnen wollen, gehen wir nun weiter ins Zentrum von Hitzing, wo wir gleich mit einem der bekanntesten Kaffeehäuser des Bezirks beginnen. Wir bestehen nun von dem Café Dommeyer, welches an das früher hier gelegene Dommeyer Casino errichtet 1832 erinnert, in dem Johann Strauß' Vater, Josef Lanner und der Walzer König Johann Strauß' Sohn sehr erfolgreich konzertierten. Später erfolgten mehrere Eigentümerwechsel und die Umwandlung in ein Kaffeehaus. 2006 übernahm die anlässlich der internationalen Wiener Gartenschau gegründete Kurkonütterei Oberla den Betrieb und fühle den seither unter Beibehaltung seiner Eigenheiten. All jenen, die mehr über das Thema erfahren wollen, darf ich unser Video günstig und grün im 10. Bezirk ans Herz legen, indem wir uns den Stadtteil Oberla genauer angesehen haben. Wir sind nun beim Bezirksmuseum und der Fakir Hitzing angekommen. Das Bezirksmuseum zeigt die historische Entwicklung jener Vorortgemeinden, die heute im 13. Wiener Gemeindebezirk zusammengefasst sind, von der Prähistorie bis ins 20. Jahrhundert. Unter den Erinnerungsstücken am berühmten Persönlichkeiten ist zum Beispiel die Schreibmaschine von Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner zu nennen, ebenso wie Egon Schieler Staffelei. Da zum Nobelbezirk Hitzing auch noch das Schloss Schönbrunn gehört, finden sich im Museum auch Erinnerungsstücke an das Kaiserhaus und natürlich eine Schau historischer Ansichten. Wir gehen nun durch den Schlosspark Schönbrunn, einen beliebten Ausflugsziel von Touristen, ebenso wie von uns Wienern. Neben dem ältesten bestehenden Zoo der Welt, dem Tiergarten Schönbrunn, sind im Schlosspark das Palmenhaus und auch die Gloriette sehenswert. Grund der größten Areals schreiten wir dieses nicht vollständig ab. Solltet ihr jedoch Interesse an tollen Fotos zu dieser Location haben, kommt doch einfach auf unserem Instagram-Kanal at Wiener Wohnungsmarkt vorbei. Wir sind nun auf der Rückseite von Schloss Schönbrunn angekommen. Sein Name geht auf einen Kaiser Matthias zugeschriebenen Ausspruch zurück. Er soll im Jahr 1619 auf der Jagd eine athesische Quelle entdeckt haben und gerufen haben, welch schöner Brunn. Von 1638 bis 1643 errichtet, wurde es bereits bei der zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683 schwer beschädigt. 1687 gab Leopold I. für seinen Thronfolger Josef I. einen repräsentativen Neubau in Auftrag. Erst ab 1743 wurde unter Maria Theresia das Schloss und der Park in seiner heutigen Form um- und ausgebaut. Der barocke Palast war von Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806 die Sommerresidenz der Könige und Kaiser des Reiches und ab 1804 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges des österreichischen Kaiserhauses. Der Schloss war in dieser Zeit fast durchgehend von mehreren hundert Personen umfassenden Hofstadt bewohnt und wurde zu einem kulturellen und politischen Mittelpunkt des Habsburger Reiches. Schönbrunn ist das größte Schloss und eines der bedeutendsten und meistbesuchten Kulturgüter Österreichs. Zu letzterem trägt auch seine häufige Verwendung für zahlreiche Konzerte bei. Auch heute Abend wird es wieder, wie leicht erkennbar, ein tolles Sommerkonzert geben. Willkommen zurück. Ich hoffe, unsere Tour hat euch gefallen und ihr habt den Spaziergang und diversen kulturellen Highlights genossen. Doch wie sind eigentlich die Bewohner ihrer Heimat und was bedeutet das für die Mietzinse und für die Investmentrenditen? Hier die Zusammenfassung. Die Bewohner der Bezirksteile sind mit ihrer Heimat sehr zufrieden. Klar überdurchschnittlich beurteilt werden die Nachbarschaft, die Nähe zu Grünanlagen, die Luftqualität und die Ruhelage. Einziges Manko sind die Anbindung und die Einkaufsmöglichkeiten im Bezirksteil Spicing Lines. Aktuell sehe ich in den heute präsentierten Bezirksteilen den nachhaltigen Marktmietzins einer neuen nicht zu großen Wohnung im Regelgeschoss bei rund 12,50 bis 13,50 Euro pro Quadratmeter Wohnungsfläche und Monat. Die Anlegerrenditen für sanierte Eigentumswohnungen sehe ich bei rund 2,5 bis 2,75 Prozent. Aus meiner Sicht haben die gezeigten Bezirksteile ihr Publikum weitgehend gefunden und bieten für Menschen, die nicht im Zentrum wohnen wollen, ein gehobenes Wohngefühl zu einem ebenso gehobenen Preis. Preissteigerungen sind natürlich immer bis zur Überhitzung möglich. Große Steigerungspotenzial sehe ich jedoch nicht. Am ehesten könnte es dieses in Speising geben, wenn sich selbstfahrende Autos durchsetzen und die Wichtigkeit der öffentlichen Anbindung in den Hintergrund rückt. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr konntet einige spannende Informationen für euch mitnehmen. Wenn dem so war, schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. So ist gesichert, dass ihr nie eine Analyse verpasst.